Menschliche Wärme und Mitgefühl Als ich im Hotelfoyer auf ein Treffen mit dem Dalai Lama wartete, hatte ich die Ausgabe einer Ortszeitung in die Hand genommen. Sie war unter der Rubrik »Persönliches« aufgeschlagen. Ich überflog die Seiten eng gedruckter Anzeigen von Personen, die verzweifelt darauf hofften, mit einem anderen Menschen eine Verbindung einzugehen. Ich hatte immer noch diese Annoncen im Kopf, als ich mich zu dem Treffen mit dem Dalai Lama begab. Kurzerhand entschied ich, meine vorbereitete Fragenliste erst einmal beiseite zu lassen und begann »Fühlen Sie sich jemals einsam?« »Nein«, antwortete er einfach. Ich war überrascht, denn ich hatte nicht damit gerechnet, jemanden zu treffen, der sich niemals einsam fühlt. »Nein«, hakte ich ungläubig nach. »Nein«, »wie erklären Sie sich das?« Der Dalai Lama überlegte einen Moment lang. »Ich betrachte jeden Menschen in einem positiven Licht und versuche, seine guten Seiten zu sehen. Diese Haltung erzeugt sogleich ein Gefühl der Nähe, eine Art Verbundenheit. Vielleicht erklärt es sich teilweise daraus, dass ich meinerseits wenig Angst davor verspüre, mein Gegenüber könne mich nicht mehr respektieren oder absonderlich finden, wenn ich mich ungewöhnlich verhalte. Ich fragte, was sollte jemand tun, damit er sich im Umgang mit anderen wohlfühlt, ohne fürchten zu müssen, von ihnen abgelehnt oder verurteilt zu werden?« »Es ist meine Grundauffassung, dass wir zunächst den Nutzen des Mitgefühls erkennen müssen«, sagte er voller Überzeugung. Sobald man eine mitfühlende Denkweise in sich bestärkt und diese Haltung aktiviert, ändert sich automatisch auch die eigene Einstellung anderen gegenüber. Nähert man sich den anderen voller Mitempfinden, entsteht erst gar keine Furcht, sondern eine offene, positive und freundliche Atmosphäre. Man schafft selbst den Rahmen dafür, vom anderen Zuneigung oder eine positive Reaktion zu erhalten. Und selbst wenn einem der andere unfreundlich oder negativ begegnet, ermöglicht allein schon der Versuch, sich dem anderen offen zu nähern, eine gewisse Flexibilität und Freiheit in Bezug auf eine neue Herangehensweise. Die Menschen erwarten häufig, dass die anderen erst einmal positiv auf sie eingehen, statt selbst die Initiative zu ergreifen. Das halte ich für falsch. Wenn man dieses Gefühl von Isolation und Einsamkeit überwinden will, spielt die Grundhaltung dabei eine entscheidende Rolle. Das Beste ist, sich anderen im Geiste des Mitgefühls zu nähern. Mein Erstaunen über die Behauptung des Dalai Lama, dass er sich niemals einsam fühle, entsprach nicht meiner Auffassung über die Allgegenwart der Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Die Strategie des Dalai Lama scheint hingegen das Training äußerer, sozialer Umgangsformen zu vermeiden und einen direkteren Ansatz zu begünstigen. Man soll den Wert des Mitgefühls erkennen, um es dann zu kultivieren. Abhängigkeit von anderen versus Selbstständigkeit Der Dalai Lama erzählte, Vor ein paar Tagen habe ich von den notwendigen Faktoren für ein glückliches und freudvolles Leben gesprochen, zum Beispiel von guter Gesundheit, materiellen Gütern oder Freunden. Bei genauer Betrachtung wird Ihnen klar, dass all diese Faktoren von anderen Menschen abhängig sind. Um sich eine gute Gesundheit zu bewahren, stützen Sie sich auf Medikamente, die von anderen hergestellt werden, und nehmen die Gesundheitsfürsorge in Anspruch, die von anderen gewährleistet wird. Wenn Sie all die materiellen Ausstattungen für ein angenehmes Leben ins Auge fassen, werden Sie entdecken, dass kaum etwas davon keine Verbindung mit anderen Menschen aufweist. Die anderen sind unverzichtbar. Obwohl der Umgang mit anderen Menschen Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen und Verwünschungen einschließen kann, müssen wir versuchen, eine freundschaftliche und warmherzige Einstellung zu bewahren. Denn nur so können wir ein Leben führen, in dem es befriedigende Beziehungen zu anderen Menschen gibt, die uns Glück und Freude gewähren. Ich dachte darüber nach, wie viele Menschen an der Fertigung meines Hemds mitgewirkt hatten. Ich stellte mir zunächst den Farmer vor, der die Baumwolle anbaute. Dann den Handelsvertreter, der dem Farmer den Traktor zum Flügen des Feldes verkauft hatte. Des Weiteren die Hunderte oder vielleicht Tausende von Menschen, die an der Produktion des Traktors beteiligt waren. Diejenigen eingeschlossen, die das Erz abgebaut hatten, aus dem das Metall für jedes Einzelteil des Fahrzeugs gefertigt wurde. Zudem alle, die den Traktor entwarfen und gestalteten. Und natürlich die Menschen, welche die Baumwolle verarbeitet, den Stoff gesponnen, geschnitten, gefärbt und genäht hatten. Außerdem noch die Frachtarbeiter und Fernfahrer, die das Hemd an das Geschäft lieferten, sowie den Verkäufer, bei dem ich es erstand. Mir wurde deutlich, dass praktisch jeder Aspekt meines Lebens ein Resultat der Anstrengungen anderer war. Meine kostbare Selbstständigkeit war eine Illusion, ein Fantasiegebilde. Bei dieser Erkenntnis überkam mich ein tiefes Gefühl der gegenseitigen Abhängigkeit und Verbundenheit aller Wesen. Ich spürte eine unbeschreibliche Erleichterung, die mich zu Tränen rührte. Intimität Die Tatsache, dass wir anderer bedürfen, ist paradox. Zum einen feiert unsere Kultur die kompromisslose Unabhängigkeit. Zum anderen verlangen wir nach Nähe und Verbundenheit mit einer besonderen, geliebten Person. Wir konzentrieren all unsere Kräfte darauf, diesen einen Menschen zu finden, von dem wir hoffen, er werde uns aus unserer Einsamkeit erlösen und gleichzeitig die Illusion unserer Unabhängigkeit stützen. Obwohl es schon schwierig genug ist, mit einer einzigen Person eine solche Verbindung einzugehen, schien es dem Dalai Lama keine Probleme zu bereiten, zu möglichst vielen Menschen eine enge Beziehung aufzubauen, was er auch anderen empfiehlt. Sein Ziel ist es sogar, mit allen eine Verbindung zu knüpfen. Erweiterung unserer Definition von Intimität Fast alle Forscher auf dem Gebiet der menschlichen Beziehungen sind sich daran einig, dass Intimität ein zentraler Faktor unseres Lebens ist. Der einflussreiche britische Psychoanalytiker John Bowlby schrieb, Die intime Verbindung mit anderen Menschen ist die Narbe, um die sich das Leben einer Person dreht. Aus dieser Intimität zieht ein Mensch Kraft und Lebensfreude und spendet sie anderen. Darin stimmen die moderne Wissenschaft und die traditionelle Weisheit überein. Intimität führt unbestritten zu körperlichem wie geistigem Wohlbehagen. Enge Beziehungen sind also sowohl für die physische als auch emotionale Gesundheit förderlich. Wie können wir angesichts der entscheidenden Bedeutung von enger Verbundenheit eine solche Intimität in unserem täglichen Leben erreichen? Nach der vom Dalai Lama empfohlenen Methode ist es vernünftig, mit dem Lernen zu beginnen. Wir müssen verstehen, was Intimität bedeutet und eine brauchbare Definition sowie ein entsprechendes Modell suchen. Von der lateinischen Sprachwurzel »intimus«, »inneres« oder »innerstes« ausgehend beschreibt Dr. Dan McAdams, der Autor mehrerer Bücher über das Thema Intimität ist, Das Verlangen nach Intimität ist das Verlangen danach, sein innerstes Selbst mit anderen zu teilen. Aber es gibt noch andere Definitionen von Intimität. Dr. Thomas Patrick Malone und Dr. Patrick Thomas Malone bezeichnen Intimität als »die Erfahrung von Verbundenheit«. Sie beschränken ihr Konzept der Intimität nicht nur auf menschliche Beziehungen. Ihre Definition ist so umfassend, dass auch unsere Beziehung zu unbelebten Objekten wie Bäumen, Sternen und sogar dem Weltraum eingeschlossen ist. Auch die Vorstellungen darüber, was die ideale Form der Intimität sei, variieren überall. Die romantische Idee von der einen besonderen Person, zu der wir eine leidenschaftliche, intime Beziehung pflegen, ist ein Produkt unserer Zeit und unserer Kultur, das nicht universell akzeptiert wird. Beispielsweise suchen die Japaner Intimität eher in Freundschaften, Amerikaner dagegen in einer romantischen Beziehung. Zu den kulturellen Unterschieden kommt hinzu, dass sich die Vorstellungen von Intimität im Laufe der Zeit drastisch geändert haben. Im kolonialen Amerika war das Maß an körperlicher Intimität und Nähe generell höher als heutzutage. Denn damals mussten sich Familien und sogar Fremde oft beengte Räumlichkeiten teilen. Man war es gewohnt, ein Gemeinschaftszimmer zum Baden, Essen und Schlafen zu benutzen. Doch die gebräuchliche Ebene der Kommunikation zwischen Eheleuten war im Vergleich mit heutigen Sitten recht formal. Kaum anders als der Umgang zwischen Bekannten oder Nachbarn. Aber schon ein Jahrhundert später wurden Liebe und Heirat romantisch verklärt und man sah intime Enthüllungen als integralen Bestandteil einer jeden Liebesbeziehung an. Die Auffassung darüber, was als privates und intimes Verhalten gewertet werden muss, wandelte sich ebenfalls im Laufe der Zeit. Auch die Art und Weise, wie Leute ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, hat sich geändert. Im Mittelalter galt es als normal, in der Öffentlichkeit eine große Bandbreite von intensiven Emotionen zu zeigen, seien es nun Freude, Zorn, Furcht, Pietät oder gar Wohlgefallen beim Foltern und Töten von Feinden. Unsere Maßstäbe für Intimität besitzen also keine universelle Gültigkeit. Sie wandeln sich mit der Zeit und werden oft durch ökonomische, soziale und kulturelle Umstände geformt. Wohin führt uns das bei unserer Suche nach dem Verständnis von Intimität? Klar ist jedenfalls, es gibt eine unglaubliche Vielfalt im Leben der Menschen, unendliche Variationen dessen, wie sie ein Gefühl der Nähe erfahren können. Schon diese Erkenntnis eröffnet uns große Möglichkeiten, denn sie macht deutlich, dass wir in genau diesem Moment viele Mittel und Wege zur Intimität besitzen. Wir sind von Intimität umgeben. In unserer Kultur nimmt man weithin an, dass Intimität am besten im Rahmen einer leidenschaftlichen, romantischen Beziehung zu erreichen sei. Mit dieser einen speziellen Person, die wir aus der Masse der anderen auswählen. Das kann zu einer beträchtlich eingeengten Sichtweise führen, denn wir wenden uns von anderen, möglichen Quellen der Intimität ab. Die Mittel zur Vermeidung solcher Probleme liegen jedoch bereit. Wir brauchen nur mutig, unsere Definition von Intimität auf viele andere Dinge zu erweitern, die uns im Alltag umgeben. Dadurch eröffnen wir uns viele neue und gleichermaßen befriedigende Wege zur Verbindung mit anderen. Wenn es Glück ist, wonach wir streben, und Intimität einen wichtigen Bestandteil einer erfüllteren Existenz darstellt, dann ist es zweifellos sinnvoll, unser Leben nach einem Modell der Intimität auszurichten, das möglichst viele Formen von enger Verbundenheit mit anderen einschließt. Das Modell des Dalai Lama gründet sich auf die Bereitschaft, sich gegenüber vielen anderen, Familienmitgliedern, Freunden und sogar Fremden zu öffnen und aufrichtige Bande auf der Basis unseres gemeinsamen Menschseins zu knüpfen. Herstellung von Empathie Ich fragte den Dalai Lama zum Thema menschliche Beziehungen. Was erachten Sie als die effektivste Methode oder Technik, um mit anderen auf sinnvolle Weise in Verbindung zu treten, Konflikte abzubauen und ein Gefühl enger Verbundenheit herzustellen? Der Dalai Lama schaute mich einen Moment lang an. Nach einer kurzen Pause antwortete er, der Umgang mit anderen ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es ist unmöglich, mit einer einzigen Formel aufzuwarten, die zur Lösung aller Probleme dienen könnte. Dies war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Ich dachte, er weiche aus und war davon überzeugt, er müsse etwas Konkreteres anzubieten haben. Wenn sich keine allgemeingültige Lösung für bessere Beziehungen finden lässt, gibt es dann nicht zumindest einige brauchbare Richtlinien? Der Dalai Lama überlegte einen Moment. Doch. Früher haben wir davon gesprochen, wie wichtig es ist, sich anderen voller Mitgefühl zu nähern. Das ist entscheidend. Natürlich reicht es nicht, jemandem nur zu empfehlen, oh, es ist sehr wichtig, mitfühlend zu sein, sei liebevoller. Ein solcher Rat allein wird nichts bewegen. Aber eine effektive Methode, andere zu lehren, wie man herzlicher und empfindsamer wird, besteht darin, Beweise anzuführen, die den Wert und die praktischen Vorteile des Mitgefühls verdeutlichen. Nützlich ist weiterhin die Reflexion darüber, was man fühlt, wenn man gütig behandelt wird. Das dient als Vorbereitung dafür, Mitgefühl wirkungsvoller zu entwickeln. Wenn ich mir die verschiedenen Mittel zur Entfaltung von Mitgefühl vor Augen führe, scheint mir Einfühlungsvermögen oder Empathie, die Fähigkeit, für das Leiden eines anderen Verständnis aufzubringen, ein wesentlicher Faktor zu sein. Empathie ist meines Erachtens nicht nur zur Stärkung von Mitgefühl wichtig, sondern auch für jeden Umgang mit anderen nützlich. Wenn Sie Schwierigkeiten mit jemandem haben, ist es äußerst hilfreich, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen und abzuwägen, wie Sie selbst in seiner Situation reagieren würden. Auch wenn Sie keine gemeinsame Erfahrung mit ihm teilen, ist es dennoch möglich, sich mithilfe der Fantasie in den anderen hineinzuversetzen. Sie brauchen nur ein wenig kreativ zu sein. Diese Technik erfordert die Fähigkeit, sich vorübergehend vom eigenen Standpunkt zu lösen und sich auf die Sichtweise des anderen einzulassen, sich vorzustellen, wie es wäre, in dessen Haut zu stecken. Das hilft uns, Respekt für seine Gefühle zu entwickeln, was wiederum ein wichtiger Faktor bei der Entschärfung von Konflikten und Problemen mit anderen ist. Es ist außerdem sehr hilfreich, den Hintergrund der Menschen zu kennen und zu achten. Ehrlichkeit und Offenheit sind ebenfalls nützliche Qualitäten. An jenem Tag war ich bei einigen tibetischen Freunden in Dharamsalat zum Essen eingeladen. Es sollte ein recht lebhafter Abend werden. Das Essen war ausgezeichnet, mit einer beeindruckenden Vielfalt von Köstlichkeiten, unter denen die tibetischen Momos schmackhafte, mit Fleisch gefüllte, gedämpfte Teigtaschen besonders hervorstachen. Unter den Gästen befand sich auch ein bekanntes Paar aus Deutschland. Die Frau war Architektin und ihr Mann Schriftsteller, der Dutzende von Büchern veröffentlicht hatte. Da ich mich für Literatur interessiere, fragte ich den Mann nach seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Seine Antworten waren kurz und schroff. Ich hielt ihn für recht unfreundlich, ja sogar für einen Snob und empfand zugleich eine Abneigung gegen ihn. Ich tröstete mich damit, dass ich zumindest versucht hatte, eine Unterhaltung mit ihm zu führen. Da er mir einfach eine unsympathische Person zu sein schien, wandte ich mich anderen, liebenswürdigeren Gästen zu. Am folgenden Tag traf ich einen Freund in einem Café und berichtete ihm bei einer Tasse Tee von den Ereignissen des Vorabends. Mir gefielen wirklich alle Gäste, bis auf Rolf, den Schriftsteller. Er kam mir so arrogant oder, wie soll ich sagen, so unfreundlich vor. Ich kenne ihn seit mehreren Jahren, sagte mein Freund, und ich weiß, dass er manchmal so wirkt. Aber das liegt daran, dass er zuerst ein bisschen scheu und reserviert ist. In Wirklichkeit ist er ein wundervoller Mensch, wenn man ihn erst einmal richtig kennenlernt. Ich blieb skeptisch. Mein Freund fuhr fort. Er ist ein erfolgreicher Schriftsteller, aber er hat doch mehr als genug Schwierigkeiten im Leben durchgemacht. Seine Familie hat während des Zweiten Weltkrieges unter den Nazis viel Leid erfahren. Und er hat zwei Kinder, die er über alles liebt. Sie sind mit einer sehr seltenen Erbkrankheit zur Welt gekommen und physisch wie geistig extrem behindert. Statt zu verbittern oder sein Leben lang den Märtyrer zu spielen, stellt sich Rolf seinen Problemen und kümmert sich um andere. Viele Jahre hat er freiwillig der Arbeit mit Behinderten gewidmet. Er ist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, wenn man ihn näher kennt. Wie der Zufall es wollte, traf ich Rolf und seine Frau am Ende der Woche wieder an der schmalen Start- und Landebahn, die als lokaler Flugplatz dient. Wir hatten denselben Flug nach Delhi gebucht, der aber gestrichen worden war, wie sich bald herausstellte. Der nächste Flug ging erst mehrere Tage später und so entschieden wir uns, ein Taxi nach Delhi miteinander zu teilen. Es war eine äußerst strapaziöse Zehn-Stunden-Fahrt. Die spärlichen Informationen, die ich von meinem Freund über Rolf erhalten hatte, änderten meine Einstellung, und ich war während der langen Reise nach Delhi aufgeschlossener ihm gegenüber. Deshalb versuchte ich von Neuem, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Zunächst benahm er sich ähnlich wie zuvor, aber mit ein wenig Offenheit und Ausdauer entdeckte ich bald, dass mein Freund recht gehabt hatte. Rolfs scheinbare Hochnäsigkeit gründete sich eher auf Scheu als auf Snobismus. Während wir durch die glühend heiße, staubige nordindische Landschaft ratterten, entpuppte er sich als warmherzige Persönlichkeit und als prächtiger Reisegefährte. Als wir Delhi erreichten, erkannte ich, dass der Ratschlag des Dalai Lama, den Hintergrund der Menschen zu verstehen, gar nicht so oberflächlich war, wie ich zunächst gedacht hatte. Gewiss, er war einfach, aber nicht einfältig. Einige Tage später traf ich mich in meinem Hotel mit einer Kollegin zum Essen. Ich erzählte ihr von meinem Treffen mit dem Dalai Lama und seinen Vorstellungen über die Empathie und über die Wichtigkeit des Vermögens, sich in den anderen hineinzuversetzen. Nach dem Mittagessen nahmen wir ein Taxi, um ein paar gemeinsame Freunde zu besuchen. Als der Wagen anfuhr, fiel mein Blick auf das Taxameter. Anhalten, schrie ich. Meine Bekannte erschrak bei diesem plötzlichen Ausbruch. Der Taxifahrer musterte mich finster im Rückspiegel, bremste aber nicht. An die Seite, forderte ich. Meine Kollegin wirkte verblüfft. Das Taxi hielt an. Ich zeigte auf das Taxameter und fuchtelte wild in der Luft herum. Sie haben es nicht zurückgestellt. Es hat über 20 Rupien angezeigt, als wir losfuhren. Tut mir wirklich leid, Sir, sagte der Taxifahrer mit einer dumpfen Gleichgültigkeit, die mich noch wütender werden ließ. Ich hab vergessen, es zurückzustellen. Ich fange noch einmal von vorne an. Das haben sie sich so gedacht, explodierte ich. Ich habe Leute satt, die immer versuchen, ihre Einnahmen aufzustocken, im Kreis herumfahren oder sonst was tun, um andere übers Ohr zu hauen. Ich habe es so, so satt. Ich kochte vor Zorn. Meine Bekannte wirkte beschämt. Der Fahrer starrte mich mit demselben trotzigen Ausdruck an, den man oft bei den heiligen Kühen findet, die in der Mitte einer stark befahrenen Straße in Delhi trotten und dort stehen bleiben, um den Verkehr in aufwieglerischer Absicht zum Erliegen zu bringen. Er betrachtete mich, als würde ihn meinen Anfall nur ermüden und langweilen. Ich warf ein paar Ropien auf den Vordersitz, öffnete ohne weiteren Kommentar den Wagenschlag für meine Bekannte und folgte ihr sogleich nach draußen. Innerhalb weniger Minuten hatten wir ein anderes Taxi und setzten unsere Fahrt fort. Aber ich konnte mich nicht beruhigen, sondern klagte darüber, dass alle in Delhi darauf ausseien, Touristen zu betrügen und auszubeuten. Meine Kollegin hörte meinem Gezeter schweigend zu und sagte schließlich, aber 20 Rupien sind doch nur ein paar Cent. Warum sich so aufregen? Ich kochte immer noch vor Entrüstung. Aber es geht ums Prinzip. Ich kann nicht verstehen, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Macht dir das gar nichts aus? Na ja, sagte sie bedächtig. Anfangs schon, aber dann dachte ich daran, was wir beim Essen über den Dalai Lama gesagt haben. Er meint doch, es sei wichtig, die Dinge aus der Perspektive des Anderen zu betrachten. Als du immer wütender wurdest, versuchte ich mir vorzustellen, welche Gemeinsamkeiten es zwischen mir und dem Taxifahrer geben könnte. Wir beide möchten gut essen, ruhig schlafen, uns wohlfühlen, geliebt werden und so weiter. Dann versuchte ich, mich in die Situation des Fahrers hinein zu versetzen. Ich hocke den ganzen Tag in einem engen Auto ohne Klimaanlage. Vielleicht bin ich auf die reichen Ausländer wütend und neidisch. Um für Fairness zu sorgen und dem Glück nachzuhelfen, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Leute übers Ohr zu hauen. Aber selbst wenn es gelingt, nichtsahnenden Touristen ein paar zusätzliche Rupien aus der Tasche zu ziehen, ist dies keine sehr befriedigende Methode, um glücklicher zu werden oder zu einem erfüllten Leben zu gelangen. Je stärker ich mich in den Taxifahrer hineinversetzte, desto weniger ärgerlich wurde ich. Sein Leben erschien mir nur traurig. Natürlich heiße ich sein Handeln nicht gut. Wir haben Recht daran getan, auszusteigen. Aber ich konnte mich einfach nicht genug ereifern, um ihn dafür zu hassen. Ich schwieg bestürzt. Wie wenig hatte ich wirklich von den Worten des Dalai Lama in mich aufgenommen. Damals begann ich, seine pragmatischen Ratschläge aufrichtig zu schätzen. Zum Beispiel den, dass man den Hintergrund des Anderen verstehen solle. Und ich fand es inspirierend, wie er diese Prinzipien auf sein eigenes Leben anwendete. Analyse der Grundstruktur einer Beziehung Es gibt tausende von Erhebungen über Amerikaner und Europäer, die deutlich machen, dass verheiratete Menschen im Allgemeinen glücklicher und zufriedener sind als Alleinstehende oder Verwitwete. Und besonders als geschiedene oder getrennt lebende Personen. In unserer Diskussion über menschliche Beziehungen hielt ich es für wichtig, diese allgemeine Quelle des Glücks anzusprechen. Wenige Minuten vor einem geplanten Interview mit dem Dalai Lama saß ich mit einem Freund auf der Veranda des Hotels in Thusen. Als ich die für das Gespräch vorgesehenen Themen Ehe und romantische Liebe erwähnte, löste dies bei meinem Freund und mir eine gewisse Wehmut aus, denn wir beide waren Junggesellen. Während wir plauderten, setzte sich ein munteres junges Pärchen, Golfspieler vielleicht, die vergnügt Ferien machten, an einen Tisch in unserer Nähe. Wahrscheinlich waren ihre Flitterwochen schon vorbei, aber die Ehe war noch jung und vermutlich liebten sie einander. Wie schön muss das sein, dachte ich. Sobald sie Platz genommen hatten, fingen sie jedoch an, sich zu zanken. Ich habe doch gesagt, wir kommen zu spät, beschuldigte die Frau ihren Mann mit einer scharfen Stimme, die vom jahrelangen Zigaretten- und Alkoholkonsum erstaunlich heißer war. Jetzt bleibt uns kaum noch Zeit zum Essen und dann schmeckt es mir einfach nicht. Wenn du nicht so lange gebraucht hättest, um dich fertig zu machen, schoss der Mann zurück, zwar in ruhigerem Ton, aber jede Silbe war voller Verdruss und Feindseligkeit. Dann die Entgegnung. Ich war schon vor einer halben Stunde fertig. Du bist derjenige, der die Zeitung noch zu Ende lesen musste. Und so ging es weiter. Es hörte nicht auf. Wie der griechische Dramatiker Euripides sagte, heirate und es mag gut gehen. Scheitert die Ehe jedoch, haben die Verheirateten die Hölle auf Erden. Der eskalierende Streit bereitete unserem Lamentieren über das Single-Dasein ein jähes Ende. Mein Freund verdrehte nur die Augen und zitierte eine Zeile aus der Fernsehserie Seinfeld. Oh ja, ich möchte wirklich bald heiraten. Als ich den Dalai Lama kurze Zeit später traf, fragte ich ihn, warum glauben Sie, dass es in Ehen so oft zu Konflikten kommt? Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, erklärte der Dalai Lama. Daran können viele Faktoren beteiligt sein. Wenn wir Beziehungsprobleme verstehen wollen, müssen wir zunächst die grundlegende Natur der Beziehung überdenken. Vor allem müssen wir begreifen, dass es verschiedene Formen von Beziehungen gibt und wir sollten uns die Unterschiede klar machen. Lässt man die Ehe einmal außer Acht, entdeckt man selbst bei gewöhnlichen Freundschaften einen großen Facettenreichtum. Manche Freundschaften beruhen auf Wohlstand, Macht oder Prestige und die Verbindung wird so lange dauern, wie Wohlstand, Macht und Prestige anhalten. Sobald sich diese verflüchtigen, wird auch die Freundschaft untergehen. Andere Freundschaften basieren jedoch nicht auf den oben erwähnten Faktoren, sondern auf wahren, humanen Empfindungen, auf einem Gefühl echter Nähe, verbunden mit einem Sinn für Zusammengehörigkeit und Anteilnahme. Diese würde ich als echte Freundschaften bezeichnen, weil sie durch Reichtum, Macht oder Prestige des Einzelnen unbeeinträchtigt bleiben. Was eine echte Freundschaft aufrecht erhält, ist das Gefühl der Zuneigung. Wenn es jemandem daran mangelt, wird er nicht fähig sein, wahre freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. Natürlich haben wir dies schon früher erwähnt und all das liegt auf der Hand. Bei Beziehungsproblemen ist es jedoch hilfreich, einfach einmal darüber nachzudenken, worauf sich die Beziehung überhaupt gründet. Ebenso sollten Ehepartner die Grundlagen ihrer Ehe in Augenschein nehmen. Oft stützt sich eine Beziehung beispielsweise auf ein starkes sexuelles Element. Wenn sich zwei Menschen gerade gefunden und sich nur ein paar Mal getroffen haben, mögen sie ganz blind vor Liebe und sehr glücklich sein. Aber eine Heirat, die zu diesem Zeitpunkt geplant wird, wäre äußerst instabil. Genauso wie man durch intensiven Ärger oder Hass gleichsam verrückt wird, kann man auch durch Lust und Leidenschaft sein geistiges Gleichgewicht verlieren. Es mag auch Situationen geben, in denen jemand denkt, mein Freund oder meine Freundin ist kein wirklich guter Mensch, keine gütige Person, und dennoch fühle ich mich zu ihm oder ihr hingezogen. Eine Beziehung, die sich nur auf diese anfängliche Leidenschaft stützt, ist sehr labil und unbeständig, weil sie größtenteils auf vergänglichen Dingen basiert. Solche Gefühle sind sehr kurzlebig und werden sich nach einer gewissen Zeit verflüchtigen. Bei diesen Worten schnipste der Dalai Lama mit den Fingern. Wir sollten also nicht besonders überrascht sein, wenn eine derart oberflächliche Beziehung schließlich zu Schwierigkeiten führt. Aber was denken Sie? Ja, ich muss Ihnen zustimmen, antwortete ich. Es scheint, als würde in jeder Beziehung, auch der inbrünstigsten, die anfängliche Leidenschaft irgendwann abkühlen. Studien haben ergeben, dass gerade diejenigen, welche die anfängliche Romantik und Leidenschaft ihrer Beziehung für entscheidend erachten, sich oft desillusioniert scheiden lassen. Die Sozialpsychologin Ellen Berscheidt von der University of Minnesota hat diesen Sachverhalt untersucht und ist zu dem Schluss gelangt, dass es verhängnisvoll sein kann, die begrenzte Halbwertszeit jeder leidenschaftlichen Liebe nicht zu berücksichtigen. Sie und ihre Kollegen nehmen an, der Anstieg der Scheidungsquoten innerhalb der letzten 20 Jahre sei teilweise darauf zurückzuführen, dass die Menschen intensiven Glücksgefühlen wie romantischer Liebe eine erhöhte Bedeutung zumessen. Das Problem ist, dass derartige Erfahrungen über längere Zeiträume besonders schwierig aufrechtzuerhalten sind. Das scheint zuzutreffen, sagte der Dalai Lama. Sie sehen also, wie wichtig bei Beziehungsproblemen die Untersuchung und das Verständnis der grundlegenden Natur der Beziehung sind. Selbstverständlich gibt es noch andere Arten von Verbindungen, die sich nicht auf direkte sexuelle Anziehung gründen. Man erkennt vielleicht, dass der eigene Partner im Hinblick auf sein Äußeres nicht so attraktiv, dafür aber warmherzig, freundlich und voller Güte ist. Eine solche Beziehung lässt ein dauerhafteres Band zwischen den Partnern entstehen. Denn zwischen ihnen gibt es echte Verständigung auf einer menschlichen und persönlichen Ebene. Der Dalai Lama schwieg einen Moment lang, als lasse er sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen. Natürlich sollte ich erwähnen, dass man in einer guten, gesunden Beziehung leben kann, in der auch eine Komponente des sexuellen Begehrens vorhanden ist. So scheint es zwei Hauptarten von Beziehungen zu geben, die auf sexueller Anziehungskraft basieren. Die eine beruht auf purem sexuellen Begehren, wobei der Antrieb nur in einer zeitweiligen Befriedigung und unmittelbaren Erfüllung der Bedürfnisse besteht. In einem derartigen Verhältnis sind die Individuen nicht so sehr als Personen, sondern eher als Objekte aufeinander bezogen, was nicht besonders gesund ist. Eine Beziehung, die nur auf sexuellem Verlangen und nicht auch auf gegenseitigem Respekt basiert, hat fast den Charakter der Prostitution, bei der keiner den anderen achtet. Eine solche Beziehung gleicht einem auf Eis gebauten Haus. Sobald das Eis schmilzt, stürzt das Gebäude ein. Es gibt jedoch einen zweiten Beziehungstyp, der zwar auch auf sexueller Anziehung basiert, bei dem aber das körperliche Begehren nicht das dominierende Element ist. Hier besteht eine tiefere Anerkennung des Anderen, weil man den Partner als liebenswert und warmherzig ansieht und ihm Respekt entgegenbringt. Jede so geartete Beziehung wird wesentlich dauerhafter und tragfähiger sein. Für den Aufbau einer solchen Beziehung ist es entscheidend, sich genug Zeit zu nehmen, um den Anderen wirklich kennen zu lernen und seine Wesenszüge zu erkunden. Wenn meine Freunde mich nach meiner Meinung zu einer geplanten Heirat fragen, erkundige ich mich gewöhnlich danach, wie lange sie einander schon kennen. Antworten sie einige Monate, sage ich meist, das ist zu kurz. Erwidern sie einige Jahre, gefällt es mir besser. Denn dann kennen sie nicht nur die Oberfläche, sozusagen die Fassade des Anderen, sondern auch dessen tiefere Natur. Ich warf ein, das entspricht einem Zitat von Mark Twain. Kein Paar weiß wirklich, was vollkommene Liebe ist, bevor es nicht ein Vierteljahrhundert miteinander verheiratet ist. Der Dalai Lama nickte zustimmend. Ja, genau. Viele Probleme treten aufgrund der zu knapp bemessenen Zeit für das gegenseitige Kennenlernen auf. Wie dem auch sei, ich denke, eine wirklich befriedigende Beziehung erreicht man am besten, indem man das Wesen des Anderen wirklich verstehen lernt und sich dann auf dieser Ebene anstatt auf der Grundlage bloß oberflächliche Eigenschaften auf sie oder ihn bezieht. In einer solchen Beziehung gibt es Raum für echtes Mitgefühl. Ich habe von vielen Paaren gehört, dass ihre Ehe eine tiefere Bedeutung jenseits einer rein sexuellen Beziehung habe, dass zwei Menschen ihr Leben miteinander verbänden und alle Hochs und Tiefs miteinander teilten. Wenn das ehrlich gemeint ist, dann sind diese Werte wohl eine geeignete Basis für eine Beziehung. Eine gesunde Verbindung sollte ein Gefühl der Verantwortung und der Pflicht gegenüber dem Partner einschließen. Diese Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung und zur Pflichterfüllung ist entscheidend. Ohne sie wird eine Beziehung nur zeitweilige Befriedigung bieten können. Sie bestünde nur zum Vergnügen. Auf Romantik gründende Beziehungen Ich fragte den Dalai Lama. In der westlichen Kultur gilt nicht nur der physisch-sexuelle Akt als höchst erstrebenswert, sondern eine romantische Liebesbeziehung als solche, das Sich-Verlieben und die tiefe Zuneigung zum Anderen. In Literatur, Film und Populärkultur findet man eine richtiggehende Begeisterung für diese romantische Liebe. Was halten Sie davon? Ohne zu zögern antwortete der Dalai Lama, mal abgesehen von dem Einfluss auf unser tieferes spirituelles Wachstum, den das endlose Trachten nach romantischer Liebe ausübt, stellt diese Idealisierung der romantischen Liebe sogar aus der Perspektive eines gewöhnlichen Lebens ein Extrem dar. Sie ist durchaus nicht als positiv zu betrachten. Dies trifft natürlich nicht auf solche Beziehungen zu, die auf echter und fürsorglicher Zuneigung basieren. Die stehen auf einem anderen Blatt, sagte er entschieden. Die erwähnte romantische Beziehung fußt allerdings auf Fantasie, sie ist unerreichbar und führt deshalb zu Frustration. Es lag etwas Definitives in den Worten des Dalai Lama, so als gäbe es dem nichts hinzuzufügen. Was macht eine romantische Liebesbeziehung so attraktiv? Der Eros oder die romantische sexuelle und leidenschaftliche Liebe, diese höchste Ekstase, ist eine hochprozentige Mischung aus biologischen, kulturellen und psychologischen Ingredienzien. In der westlichen Kultur hat das Ideal der romantischen Liebe in den vergangenen zwei Jahrhunderten unter dem Einfluss der Romantik seine Blüten getrieben und es prägt unsere Weltsicht bis heute. Die Romantik entstand als Gegenbewegung gegen das vorangegangene Zeitalter der Aufklärung mit seiner Betonung der menschlichen Vernunft und hielt stattdessen Intuition, Gefühl und Leidenschaft hoch. Die sinnliche Welt, die subjektive, individuelle Erfahrung jenseits einer idealisierten Vergangenheit oder utopischen Zukunft stand im Vordergrund. Diese Wertvorstellungen beeinflussten nicht nur Kunst und Literatur, sondern auch die Politik und alle anderen Aspekte der modernen westlichen Kultur. Das entscheidende Element bei unserem Verlangen nach einer romantischen Beziehung ist das sich verlieben. Machtvolle Kräfte, drängen uns zu solchen Empfindungen. Viele Forscher nehmen an, dass dieser Drang in unsere Gene einprogrammiert ist. Das Gefühl des sich verliebens, das untrennbar mit der sexuellen Anziehung verbunden ist, mag eine genetisch festgelegte, instinkthafte Komponente des Fortpflanzungstriebs sein. Unter dem Gesichtspunkt der Evolution ist es die vorrangige Aufgabe des Organismus zu überleben, sich fortzupflanzen und das Fortbestehen der Spezies sicherzustellen. Daher liegt diese Programmierung im ureigenen Interesse der Arten. Wenn man sich verliebt, werden die Chancen für Paarung und Fortpflanzung unzweifelhaft erhöht. Deshalb besitzen wir einen solchen eingebauten Mechanismus. Infolge bestimmter Stimuli produziert unser Gehirn chemische Verbindungen, die ein euphorisches Gefühl erzeugen, das dem sich verliebend zugeordnet wird. Und während unser Gehirn diesen chemischen Verbindungen ausgesetzt ist, werden wir ab und zu von diesem Gefühl so überwältigt, dass alles andere ausgeblendet zu sein scheint. Die psychologischen Kräfte, die uns zu diesem Verliebtsein treiben, sind genauso zwingend wie die biologischen. In Platons Symposion erzählt Sokrates die Aristophanes Legende, die vom Ursprung der sexuellen Liebe handelt. Laut diesem Mythos waren die Urbewohner der Erde runde Kreaturen mit vier Händen und vier Füßen. Ihr Rücken und ihre Seiten bildeten einen Kreis. Diese eigenständigen geschlechtslosen Wesen waren sehr arrogant und wurden von den Göttern immer wieder angegriffen. Um sie für ihre Selbstgefälligkeit zu bestrafen, schleuderte Zeus Blitz und Donner und zerteilte sie. Jede Kreatur war nun in zwei gespalten und die eine Hälfte verlangte nach der anderen. Der Eros, der Drang zu leidenschaftlicher, romantischer Liebe, kann als dieser uralte Wunsch nach Verschmelzung mit der anderen Hälfte angesehen werden. Er scheint ein universelles, unbewusstes Bedürfnis des Menschen zu sein. Der Eros umfasst ein Gefühl des Miteinander Verschmelzens, eine Auflösung der Grenzen, das heißt, das Gefühl, mit dem Geliebten eins zu werden. Die Psychologen sprechen vom Zusammenbruch der Ego-Abgrenzungen. Einige sehen diesen Prozess als in unserer frühesten Erfahrung verankert an, als unbewussten Versuch, den Urzustand von Säuglingen wiederzuerlangen, die völlig mit der Mutter oder der Fürsorge tragenden Person verschmolzen sind. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass neugeborene Kinder nicht zwischen sich selbst und dem übrigen Universum unterscheiden. Sie haben keinen Sinn für eine persönliche Identität oder aber ihre Identität schließt zumindest die Mutter sowie andere Personen und sämtliche Gegenstände in ihrer direkten Umgebung mit ein. Sie wissen nicht, wo sie enden und wo die anderen beginnen. Ihnen fehlt das, was man als Objekt Permanenz bezeichnet. Objekte existieren für das Neugeborene nicht, wenn es keine Beziehung zu ihnen hat. Wenn beispielsweise ein Kleinkind eine Rassel hält, betrachtet es diese als Teil seiner selbst. Wird das Spielzeug aus seinem Blickfeld entfernt, hört es für das Kind zu existieren auf. Bei der Geburt ist das Gehirn noch nicht völlig verkabelt. Während das Neugeborene heranwächst und das Gehirn reift, wird der Austausch mit der Welt komplexer und subtiler und das Kind gelangt allmählich zu einer Identität als Person, zu einem Ich gegenüber anderen. Damit einhergehend entwickelt sich ein Gefühl der Isolation und das Kind wird sich schrittweise seiner eigenen Grenzen bewusst. Die Individuation setzt sich natürlich während der Kindheit und der Jugend durch den Kontakt mit der Welt weiter fort. Das Identitätsgefühl bildet sich bei Menschen aufgrund innerer Vorstellungen heraus. Diese entstehen vorwiegend aus der Reflexion früherer Kontakte mit anderen wichtigen Personen sowie der eigenen Rolle in der Gesellschaft im Allgemeinen. Mit der Zeit werden die individuelle Identität und die intrapsychische Struktur immer komplexer. Doch ein Teil von uns will möglicherweise zu einem früheren Entwicklungsstand zurückkehren, zu einem Zustand der Glückseligkeit, in dem es kein Gefühl der Isolation und der Trennung gibt. Viele zeitgenössische Psychologen meinen, dass die frühere Erfahrung vom Einssein im Unterbewusstsein enthalten ist und dass sie beim Erwachsenen die unbewussten und persönlichen Fantasien durchdringt. Sie glauben, dass das Verschmelzen mit einer geliebten Person die Erfahrung des Einsseins mit der Mutter während der frühen Kindheit widerspiegelt. Es lässt das magische Gefühl der Allmacht wiedererstehen. Eine solche Empfindung ist kaum zu übertreffen. Es ist kein Wunder, dass der Drang nach romantischer Liebe so machtvoll ist. Was ist also das Problem und warum stuft der Dalai Lama die Suche nach romantischer Liebe ohne Zögern als negativ ein? Ich hielt romantische Liebesbeziehungen und Romantik überhaupt für eine Quelle des Glücks. Ein früherer Patient kam mir in den Sinn. David, ein damals 34-jähriger Landschaftsarchitekt, wurde mit klassischen Symptomen einer ernsthaften klinischen Depression in meine Praxis überwiesen. Er erklärte, dass seine Niedergeschlagenheit sich wahrscheinlich aus einigen geringfügigen arbeitsbedingten Stressfaktoren herleite, aber meistens trete sie einfach von selbst auf. Wir einigten uns auf eine antidepressive Behandlung und starteten einen Versuch damit. Das Mittel erwies sich als sehr wirksam. Innerhalb von drei Wochen verbesserten sich seine akuten Symptome und er kehrte wieder zu seinem normalen Tagesablauf zurück. Bei Durchsicht seiner Krankengeschichte bedurfte es jedoch nur kurzer Zeit, um zu erkennen, dass er neben seiner akuten Depression auch an endoreaktiver Dystymie litt. Diese Krankheit ist eine heimtückische Form der chronischen leichten Depression, die bei ihm seit vielen Jahren aktiv war. Nachdem seine akute Niedergeschlagenheit abgeklungen war, begannen wir mit der Erforschung seines persönlichen Werdegangs, um zu einem grundlegenden Verständnis der inneren psychologischen Dynamik zu gelangen, die vielleicht zu seiner langjährigen Dystymie beigetragen hatte. Nach nur wenigen Sitzungen betrat David die Praxis eines Tages in einer überglücklichen Stimmung. Ich fühle mich großartig, sagte er. Seit Jahren geht es mir nicht so gut wie heute. Ich habe mich verliebt, erzählte er. Sie ist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Wir sind diese Woche fast jeden Abend zusammen ausgegangen. Es ist, als wären wir Seelenverwandte. Ich kann es immer noch nicht glauben. Seit zwei oder drei Jahren hatte ich keine Partnerin mehr und mir schien es schon fast als würde ich in diesem Leben niemanden mehr treffen, aber plötzlich war sie da. David verbrachte den Großteil unserer Sitzung damit, all die bemerkenswerten Tugenden seiner neuen Freundin aufzuzählen. In der folgenden Woche teilte David mir seine Entscheidung mit, die Therapie zu beenden. Alles läuft wie geschmiert in meinem Leben. Ich kann einfach nicht einsehen, was es da in der Therapie noch zu besprechen gäbe, erklärte er. Meine Depression ist vorüber, ich schlafe so fest wie ein Säugling, bei der Arbeit läuft alles wie am Schnürchen und die Beziehung zu meiner Freundin ist großartig und scheint immer harmonischer zu werden. Ich glaube, dass unsere Sitzungen mir genutzt haben, aber zur Zeit sehe ich nicht ein, warum ich für Therapie Geld ausgeben soll, wenn es kein Problem gibt. Ich erwiderte, wie froh ich sei, dass es ihm so gut gehe, erinnerte ihn aber an einige ungeklärte Punkte hinsichtlich seiner Familienverhältnisse, die wir identifiziert und die eventuell zu seiner chronischen Dystämie geführt hatten. Damit werde ich mich vielleicht eines Tages dass es wirklich eine ganze Menge mit Einsamkeit zu tun hatte, mit einem Gefühl, dass irgendetwas fehlt, ein besonderer Mensch, mit dem ich mich austauschen kann. Aber jetzt habe ich sie gefunden. Er beharrte auf seinem Wunsch, die Therapie an jenem Tag zu beenden. Wir vereinbarten mit seinem Hausarzt die Fortsetzung seiner Medikamenteneinnahme und verbrachten die restliche Sitzung mit einem Rückblick. Ich schloss mit der Zusicherung, dass ihm meine Tür jederzeit offen stehe. Einige Monate später kehrte David in meine Praxis zurück. Ich fühle mich miserabel, sagte er niedergeschlagen. Als wir uns das letzte Mal sahen, lief alles großartig. Ich hatte wirklich gedacht, meine ideale Gefährtin gefunden zu haben. Ich habe sogar das Thema Heirat angesprochen. Aber je näher ich ihr kommen wollte, desto weiter entfernte sie sich. Schließlich hat sie sich von mir getrennt. Danach verfiel ich für zwei Wochen in Depressionen. Es ist, als müsste ich noch einmal von vorne anfangen. Ich fühle mich genauso wie seit Jahren. Wir nahmen die Therapie wieder auf. Es ist wohl deutlich, dass eine romantische Beziehung als Glücksquelle einiges zu wünschen übrig lässt. Sexuelle Anziehung und ein intensives Verliebtsein mögen eine anfängliche Verbundenheit zwischen zwei Menschen begünstigen. Aber wie bei einem guten Epoxid-Harzkleber muss die Grundkomponente mit einer anderen, als härter fungierenden Substanz vermischt werden, um eine dauerhafte Bindung zustande zu bringen. Bei dem Versuch, die anderen Komponenten zu bestimmen, wenden wir uns noch einmal dem Ansatz des Dalai Lama zum Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu, die sich auf Qualitäten wie Zuneigung, Mitgefühl und gegenseitige Anerkennung gründen müsse. Diese Faktoren befähigen uns zu tieferen und sinnvolleren Bindungen, nicht nur mit unseren Ehepartnern und anderen geliebten Personen, sondern auch mit Freunden, Bekannten oder sogar mit Fremden, ja mit praktisch jedem anderen Menschen. Damit erschließen sich uns unbegrenzte Möglichkeiten zur Aufnahme von Beziehungen. Wert und Nutzen des Mitgefühls Ich fragte den Dalai Lama, können Sie noch klarer definieren, was Sie unter Mitgefühl verstehen? Der Dalai Lama antwortete, Mitgefühl kann grob als Geisteszustand bestimmt werden, der gewaltfrei, nicht schädigend und ohne Aggression ist. Es ist eine geistige Haltung, die sich auf den Wunsch gründet, dass andere frei von Leid sein mögen. Es ist eine geistige Haltung, die sich auf den Wunsch gründet, dass andere frei von Leid sein mögen. Und sie ist verbunden mit einem Gefühl von Pflicht, Verantwortung und Respekt anderen gegenüber. Das Mitgefühl bezeichnende tibetische Wort Tseva bedeutet auch, dass dieser Geisteszustand den Wunsch nach Gutem für einen selbst einschließt. Für die Entfaltung von Mitgefühl kann man sich also zunächst wünschen, selbst frei von Leiden zu sein. Dieses ganz natürliche Gefühl wird dann kultiviert und schließlich so weit ausgedehnt, dass alle anderen Wesen mit einbezogen sind. Es ist ratsam, zunächst zwei Arten von liebevoller Zuneigung oder Mitgefühl zu unterscheiden. Die eine Art des Mitgefühls ist das Gefühl, jemanden zu kontrollieren oder zu lieben, damit dieser die Zuneigung erwidert. Diese gewöhnliche Form der Liebe oder des Mitgefühls ist recht parteiisch und voreingenommen. Und sollte sich eine Beziehung einzig darauf gründen, wird sie nicht stabil sein. Eine solche parteiische Beziehung basiert darauf, den anderen als Freund zu betrachten und sie kann zu einer gewissen emotionalen Bindung und Nähe führen. Tritt aber eine geringfügige Veränderung der Situation ein, eine Verstimmung vielleicht oder Ärger über das Verhalten des Freundes, werden sich auch die geistigen Projektionen plötzlich ändern. Der Begriff mein Freund löst sich auf. Man wird erleben, wie sich die emotionale Bindung verflüchtigt und an die Stelle von Liebe und Anteilnahme kann Hass treten. So kann diese auf Anhaftung basierende Liebe sehr eng mit Hass verbunden sein. Es gibt jedoch einen zweiten Typ des Mitgefühls ohne eine solche Anhaftung. Dieses echte Mitempfinden ist nicht davon abhängig, dass diese oder jene Person einem teuer ist. Es stützt sich auf den Gedankengang, dass alle menschlichen Wesen, genau wie man selbst, einen angeborenen Drang danach verspüren, Glück zu erlangen und Leiden zu überwinden. Und genau wie ich selbst haben sie das natürliche Recht, diesen fundamentalen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Mit der Anerkennung dieser Gleichheit und Gemeinsamkeit kann man echte Nähe und Zuneigung zu anderen entwickeln. Man kann ungeachtet dessen Mitgefühl empfinden, ob man die andere Person als Freund oder als Feind betrachtet. Denn wahres Mitgefühl basiert eher auf den Grundrechten des Anderen als auf den eigenen geistigen Projektionen. Wir sehen also, wie wichtig es für unser tägliches Leben ist, die beiden Arten von Mitgefühl zu unterscheiden. In der Ehe gibt es im Allgemeinen eine gewisse emotionale Anhaftung. Wenn diese aber durch echtes Mitgefühl, das sich auf gegenseitigen menschlichen Respekt stützt, ergänzt wird, dürfte die Ehe Bestand haben. Ist letztere dagegen durch Anhaftung ohne Mitempfinden geprägt, wird sie instabiler sein und eher scheitern. Es gibt also einen Qualitätsunterschied zwischen wahrer Liebe oder wahrem Mitgefühl und einer Liebe, die auf Anhaftung basiert. Es handelt sich nicht um ein und dasselbe Gefühl. Echtes Mitleid ist wesentlich kraftvoller und umfassender. Es geht sehr tief. Zudem sind wahre Liebe und wahres Mitgefühl wesentlich stabiler und tragfähiger. Ich sagte, sie sprechen einen entscheidenden Punkt an, nämlich den, das Mitgefühl mit der Empfindung verknüpft ist, den Schmerz eines anderen Wesens nicht ertragen zu können. Der Dalai Lama sagte, damit eine solche Anteilnahme aufkommt, müssen wir zunächst einmal die Tragweite und die Intensität der Leiden des Anderen begreifen. Je umfassender wir das Leid und seine vielfältigen Formen verstehen, desto stärker wird daher auch unser Mitgefühl sein. Ich unterbrach den Definitionsgemäß ein Sich Öffnen für die Leiden der Anderen, eine Anteilnahme an ihren Schwierigkeiten. Aber ich frage mich, warum sollten wir das Leid anderer auf uns nehmen, wenn wir nicht einmal unserem eigenen gewachsen sind? Die meisten von uns versuchen alles Mögliche, bis hin zur Einnahme von Drogen, um Schmerz und Leid zu entgehen. Was sollte uns also bewegen, uns freiwillig das Leid eines Anderen aufzubürden? Ohne zu zögern, erwiderte der Dalai Lama, ich glaube, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen ihrem eigenen Leid und dem, dass sie in einem mitfühlenden Zustand erfahren mögen, in einem Zustand, in dem sie das Leid anderer auf sich nehmen und mit ihnen teilen, einen qualitativen Unterschied. Wenn sie an ihr eigenes Leid denken, haben sie den Eindruck, überwältigt zu sein, durch übergedrückt zu werden. Sie haben ein Gefühl der Hilflosigkeit, so, als wären ihre Sinne abgestumpft. Wenn sie sich aber das Leid eines anderen Menschen aufbürden, erfahren sie anfangs vielleicht ein gewisses Unbehagen, ein Gefühl der Beklemmung und der Unerträglichkeit. Hinter dem beklemmenden Gefühl verbirgt sich aber ein hohes Maß an Wachsamkeit und Entschlossenheit, weil sie willentlich das Leid eines sowie eine Bereitschaft und den Willen, dem anderen zu helfen. Ich wüsste gern, was sie entgegnen würden, wenn ihnen ein wohlhabender Geschäftsmann mitteilte, eure Heiligkeit. Sie sprechen davon, dass Güte und Mitleid entscheidend für das eigene Glück sind. Ich bin aber nun einmal von Natur aus keine warmherzige und liebevolle Person. Ich halte mich nicht für besonders mitfühlend oder altruistisch. Ich tendiere eher dazu, rational, praktisch und vielleicht intellektuell zu sein. Und dennoch bin ich glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Ich besitze ein gutgehendes Unternehmen, habe Freunde, sorge für meine Frau und meine Kinder und habe eine gute Beziehung zu ihnen. Mir scheint nichts zu fehlen. Mit Gefühl, Altruismus, Herzenswärme und andere Tugenden zu entwickeln, klingt nett, aber was habe ich Der Dalai Lama antwortete, vor allem hätte ich bei solchen Worten Zweifel, ob der Betreffende wirklich tief im Herzen glücklich ist. Ich bin überzeugt, dass Mitgefühl die Basis für das Überleben des Menschen und den wahren Wert des menschlichen Lebens darstellt. Sonst würde ein Grundbaustein fehlen. Eine ausgeprägte Feinfühligkeit für die Empfindungen anderer ist ein Element von Liebe und Mitleid. Ohne sie würde dieser Mann meines Erachtens Probleme in der Beziehung zu seiner Frau haben. Auch wenn er milliardär und gebildet wäre, keine Schwierigkeiten mit seiner Familie hätte und von Freunden, anderen reichen Geschäftsleuten, Politikern sowie Staatsoberhäuptern umgeben wäre, doch den Gefühlen und Leiden seiner Mitmenschen gleichgültig begegnete, dann würden all diese Faktoren nur oberflächliche Wirkung bleibt, dass er kein Mitleid empfinde, aber nichts vermisse. Wird es nicht leicht sein, ihm zu einem Verständnis der Bedeutsamkeit von Mitgefühl zu verhelfen? In diesem Fall würde ich zunächst vorschlagen, dass der Mann über seine eigene Erfahrung nachdenkt. Er wird erkennen, dass es ihn glücklich macht, wenn andere ihn voller Zuneigung und Mitgefühl behandeln. Dadurch kann er einsehen, dass man ihnen mit Herzenswärme und Mitempfinden begegnet. Dies könnte seinen Respekt für die Feinfühligkeit anderer stärken und ihn wiederum geeigneter machen, ihnen Wärme und Mitgefühl zu schenken. Er würde entdecken, dass er umso liebevoller behandelt wird, je gütiger er selbst ist. Wahrscheinlich würde er recht bald zu dieser Einsicht gelangen, die dann zur Grundlage für gegenseitiges Vertrauen und freundschaftliche Angenommen, dieser Mann hätte alle materiellen Mittel, Erfolg, Freunde, finanzielle Unabhängigkeit etc. Es ist sogar möglich, dass seine Kinder und sonstigen Verwandten eine Beziehung zu ihm pflegen und eine gewisse Zufriedenheit verspüren, denn der Mann ist erfolgreich und sie alle verfügen über eine Menge Geld und führen ein komfortables Leben. Und es ist denkbar, dass er zwar keine Zuneigung und menschliche Wärme genießt, doch nicht das Gefühl hat, etwas zu vermissen. Sollte er jedoch glauben, alles sei in Ordnung und es gebe keine Notwendigkeit, Mitgefühl zu entfalten, würde ich unterstellen, dass diese Haltung auf Ignoranz und Kurzsichtigkeit beruht. Selbst wenn es den Anschein hat, dass sich andere ihm verbunden fühlen, hängt dies in Wirklichkeit größtenteils davon ab, dass man ihn als Quelle von Erfolg und Reichtum betrachtet. Man mag von seinem Wohlstand und seiner Macht beeindruckt sein, ohne ihn selbst als Person zu schätzen. Und obwohl man keine menschliche Wärme und Zuwendung von ihm erfährt, ist man vielleicht zufrieden, da nichts anderes von ihm erwartet wird. Wenn er sein Vermögen jedoch verliert, dann zerbröckelt die Grundlage der Beziehung und er wird erkennen müssen und sofort zu spüren bekommen, welche Folgen es hat, keine Herzenswärme zu besitzen. Wer jedoch über Mitgefühl verfügt, hat etwas, auf das er sich verlassen kann. Selbst wenn er in finanzielle Schwierigkeiten gerät und sein Vermögen abnimmt, bleibt etwas, das er mit anderen zu teilen vermag. Die ökonomischen Verhältnisse der Welt sind stets instabil und während unseres Lebens können uns alle möglichen Verluste ereilen. Aber eine mitleidsvolle Haltung kann uns überall hin begleiten. Will man anderen die Bedeutsamkeit des Mitgefühls erläutern, trifft man selbstverständlich auch auf hartgesottene, egozentrische und selbstsüchtige Personen, die nur ihre eigenen Interessen im Sinn haben. Und es kommt sogar vor, dass Menschen zu jemandem, den sie lieben oder der ihnen nahesteht, keine einfühlsame Beziehung aufbauen können. Es gibt noch viele weitere Argumente für das Mitgefühl, welche die Menschen auf der Grundlage ihrer eigenen praktischen und unmittelbaren Erfahrungen im Alltag verstehen und wertschätzen können. Zum Beispiel führt ein Mangel an Mitgefühl zu einer gewissen Rücksichtslosigkeit. Viele Einzelfälle zeigen, dass unbarmherzige Menschen wie Hitler oder Stalin auf einer tieferen Ebene unglücklich und unzufrieden waren. Unsicherheit und Angst nagten sogar im Schlaf noch an ihnen. Es mag für manche schwer zu verstehen sein, aber mit Bestimmtheit lässt sich Folgendes sagen. Solchen Menschen fehlt etwas, das in anderen mitfühlenden Personen zu finden ist. Ein Gefühl der Freiheit, das ihnen gestattet, sich im Schlaf zu entspannen. Rücksichtslose Menschen erfahren diese Freiheit nie. Etwas hält sie immer fest, sodass kein Gefühl der Ungebundenheit aufkommen kann. Der Dalai Lama kratzte sich geistesabwesend den Kopf. Vielleicht sollte man diese rücksichtslosen Personen einmal fragen, wann waren sie glücklicher? In ihrer Kindheit, als sie von ihrer Mutter behütet wurden und eine engere Beziehung zu ihrer Familie hatten oder jetzt, da sie über Macht, Einfluss und eine hohe Position verfügen? Bestimmt würden sie antworten, dass ihnen ihre Jugend lieber gewesen sei. Ich glaube, sogar Stalin wurde als Kind von seiner Mutter geliebt. Mit Stalin bemerkte ich, geben sie meines Erachtens ein perfektes Beispiel für das, was sie über die Konsequenzen eines Lebens ohne Mitgefühl gesagt haben. Es ist weithin bekannt, dass seine beiden Haupteigenschaften Rücksichtslosigkeit und Misstrauen waren. Er hielt Grausamkeit für eine Tugend und änderte seinen Namen von Djugashvili in Stalin, was Mann aus Stahl bedeutet. Und mit den Jahren wurde er immer rücksichtsloser und argwöhnischer. Sein Misstrauen war legendär und führte zu massiven Säuberungsaktionen und Kampagnen gegen verschiedenste Gruppen in seinem Land und schließlich zur Einkerkerung und Hinrichtung von Millionen Menschen. Aber auch danach sah Stalin überall nur Feinde. Kurz vor seinem Tod sagte er zu Nikita Khrushchev, Ich Ich traue niemandem, nicht einmal mir selbst. Am Ende wandte er sich sogar gegen seine treuesten Mitarbeiter. Und je rücksichtsloser und mächtiger er wurde, desto unglücklicher war er. Ein Freund meinte, als einziger menschlicher Zug sei ihm nur noch sein Kummer geblieben. Seine Tochter Svetlana beschrieb, wie er von Einsamkeit und innerer Leere geplagt wurde. Und letztlich sogar bezweifelte, Menschen überhaupt zu echter Aufrichtigkeit und Herzenswärme fähig seien. Der Nutzen des Mitgefühls In den vergangenen Jahren sind viele Studien erschienen, welche die These stützen, dass sich Mitgefühl und Altruismus positiv auf das körperliche und emotionale Wohlbefinden auswirken. Sie deuten darauf hin, dass ein positiver Geisteszustand unsere physische Gesundheit verbessern kann. Zudem gibt es Belege dafür, dass Mitgefühl und fürsorgliches Verhalten zu einer stabilen emotionalen Gesundheit beitragen. Die Position des Dalai Lama hinsichtlich des sehr realen und praktischen Nutzens von Mitgefühl wird durch viele wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt. Allerdings braucht man sich nicht allein auf Experimente und Umfragen zu verlassen, um dies zu bestätigen. Die enge Verbindung zwischen Fürsorge oder Mitgefühl und persönlichem Glück können wir auch in unserem eigenen Leben und dem unserer Mitmenschen entdecken. Meditation über das Mitgefühl In In einer Meditation fasst der Dalai Lama zusammen Bei der Entwicklung von Mitgefühl beginnen sie mit dem Wunsch von Leid frei zu sein und vergegenwärtigen sich, dass es ihnen zusteht, glücklich zu werden. Diese Tatsache kann mittels unserer eigenen Erfahrung bestätigt und bewiesen werden. Dann machen sie sich klar, dass auch andere genau wie sie selbst nicht leiden wollen und ebenso das Recht haben, Glück zu erleben. Diese Erkenntnis wird zur Grundlage ihres Mitempfindens. Stellen sie sich zunächst eine Person vor, die akutes Leid, großen Schmerz oder ein schlimmes Unglück erfährt. Während der ersten drei Minuten der Meditation denken sie auf analytische Weise über das intensive Leid und den Kummer dieses Menschen nach. Nachdem sie dessen Leid einige Minuten betrachtet haben, versuchen sie anschließend es auf sich selbst zu beziehen, indem sie denken, dieser Mensch kann genau wie ich selbst Schmerz, Freude, Glück und Leid erfahren. Dann versuchen sie der natürlichen Reaktion Raum zu geben, einem natürlichen Gefühl des Mitempfindens gegenüber der anderen Person. Versuchen sie den Wunsch in sich zu wecken, dass der andere von diesem Leid frei sein möge. Entschließen sie sich, ihm dabei zu helfen und konzentrieren sie sich auf diesen Entschluss. Und während der letzten Minuten der Meditation versuchen sie einfach, im Geist einen mitfühlenden oder liebevollen Zustand beizubehalten. Beizubehalten.